Die heutige hauptbeanspruchte Muskulatur ist unser Hüftbeuger und unser Oberschenkel. Platziere das Ringband mittig um beide Füße. Aus der Stellung, du liegst ausgestreckt am Boden. Zieh deine Zehen an und winkle auch ganz leicht die Knie an, dass deine Beine fast ganz ausgestreckt sind. Bring deinen Fersen schön Druck in den Boden. Behalte deine Körpermitte in Spannung. Zieh den Nabel zur Wirbelsäule und denk dich in deine tiefen Muskeln. Das Schöne ist, du kannst die Übung auch ins Stehen durchführen. Bring einen Bein guter Balance, Fußfläche, liegt am Boden auf, achte auf ein stabiles Knie und dann Band zum Körper nach oben ziehen. Das lange Teraband und das kurze Ringband, sowie unsere täglichen Zehenbroschüre, kannst du gerne unter www.sportland.nu.at erwerben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.